So, so, so YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir wollen wieder drei Runden machen und lassen uns so viel Zeit, wie wir möchten, sofern wir es denn schaffen. Ich hatte gerade eine super Runde in Kambodscha, die ich einfach auf den Haufen geworfen habe. Es war wirklich die Pest mitten im Nirgendwo, man konnte nicht überall lang fahren, es waren keinerlei Beschriftungen dran. Diesmal hoffen wir, dass wir was besseres finden, vielleicht Chile oder so. So, deswegen, Runde 1, rein da, wir werden rausfinden, wo wir sind. Irgendwann hatten wir eben Kambodscha entdeckt, aber guck mal, das ist doch schon besser. Sieht nach Griechenland aus oder Italien oder sowas. Hauptsache, äh, Mailand, nee, Hauptsache Madrid oder wie sagt man? Ah, da, Text. Ah, viel, viel besser, gefällt mir jetzt schon deutlich besser. Ah, ja, Griechenland aus. Gut, gefällt mir vielleicht doch nicht besser, äh, kann ich nach Kambodscha zurück? Hm. Aber weiß nicht, seid ihr Griechenland-Fan? Das muss aber echt alte Bilder sein, die haben nicht mehr EU-Kennzeichen. Oder war das Bulgarien oder sowas? Und wir gucken, wir finden noch mehr Hinweise. Steht auf jeden Fall in allen drei Sprachen dran. Vielleicht ist es auch in Nordmazedonien oder sowas. So ein Grenzgebiet. Ja, da war eine griechische Flagge. Okay. Griechenland bestätigt. Okay, aber wir haben mehr im Süden. Das ist schon mal wichtig. Einziger Nachteil ist bei, äh, Griechenland, äh, und mehr im Süden. In Griechenland ist immer mehr im Süden. Egal, wo man ist. Weil das Land genau so läuft, dass immer im Süden Wasser ist. Das macht es halt schwer einzugrenzen. Und Achtung, Kühe auf der Straße. Ich muss sagen, Griechenland ist fast genauso schwer wie Kambodscha. Und man glaubt es kaum. Weil man halt die Schrift nicht lesen kann. Oder ich kann sie nicht lesen. Und das macht es halt so schwer. Oh, eine große Stadt im Süden direkt. Auf einer Landzunge vor dem Wasser. Schon interessant. Ähm, aber Griechenland hat so gut wie gar keine Straßensystemmarkierung. Genau wie Kambodscha. Weil sie auch oft nur eine Straße haben. Was halt ransteht, was ein bisschen vorteilhafter ist, sind manchmal die kleinen Orte oder so. Oh shit. Oh no. Und jetzt sind wir in sowas drin hier. Und hallo Mohammed. Das ist zufällig. Ich kann nicht beeinflussen, wo ich bin. Das ist immer Zufall. Ich weiß nicht mal, ob Libanon überhaupt in Geotastic mit drin ist. Ähm, gibt nicht alle Länder. Nur die, die befahren wurden von Google. Aber Hallöchen. Hypo, naipo. Na, wir machen immer die drei Runden Zufall. Und fahren dann rum. Ah, Griechenland ist schon, schon hartes Pflaster. Ich mein, hier ist Wingschen halbwegs befahren. Das finden wir schon raus. Die letzten Male sind wir halt mitten in der, ähm, Bergregion, äh, gestanden. Und das war echt hart. Wir waren auf so einer Kreisstraße, die um die, ähm, Berge geführt hat. So. Zappakai Taika. Zappakai Taika. Okay, das steht zumindest auf unserer Sprache und Griechisch gleich da. Ich mein, was ich mir vorstellen könnte, dass wir hier so eine Stadt sehen und hier irgendwie langfahren gerade. Oder hier beim, wir waren auch schon mal, wartet, wo war die Ecke, wo wir waren? Hier hinten. Und da sind wir hier gefahren. Und dann hier irgendwo rum, hier rum. Und das habe ich echt nicht gesehen. Ähm, Zappakai Taika. Nicht, dass wir wieder so eine komische Ansicht haben und hier auf diese Dinger gucken oder so. Gut, Zappakai Taika wird jetzt nicht, oder Zappakai Taika wird jetzt nicht der riesige Ort sein. Oder hat jemand schon mal von euch in Zappakai Taika Urlaub gemacht? Ja. Ich war zumindest noch nie in Griechenland. Oh, was sein kann, dass wir in Kreta sind. Habe ich mich auch schon mal reingelegt. War ich hier auf der Straße? Hm. Was ist die Farkus? Ne. Wird zu klein sein. Oder wir sind in einer falschen Region unterwegs. Wir müssen erst mal ein paar Hinweise finden, nicht wahr? Eine Nachricht zurückgezogen. Das lese ich öfter. So ganz haben wir noch nicht herausgefunden, was es mit dem Nachricht zurückgezogen auf sich hat. Mal geht es automatisch, mal ist es manuell. Ich glaube, wenn wir auf den Ort zufahren und wenn das Zappakai Taika ist, dann sehen wir den auch auf der Karte. Jetzt noch eine schöne Straßennummer. Kribovo. Ah. Das gute Kribovo. Da, wo der Kriis herkommt. Wer kennt es nicht? Kriisbovo. Manchmal gibt es noch so schöne kleine Landkirchen in Griechenland am Rand. Okay, es könnte wirklich Zappakai Taika kommen. Jet Oil. Oh. Da hat jemand aber sich einen hübschen Garten gemacht. So alles trostlos. Hübscher Garten. Alles trostlos. Na ja, gut. Vielleicht ein bisschen voll. So nicht, die haben auch keine Ortseinfahrtsschilder und sowas. Das ist... Und die Straßen sind auch wirklich... Einfach nur so... Ja, Sand teilweise in den großen Städten. Das ist echt schwierig. Oder auch in den kleinen Orten hat man mancher einfach so riesige Betonflächen, die irgendwie vier Straßen sind oder so. Und du weißt gar nicht, wo du dich denn genau befindest. Und dann hast du gleich Abweichungen von 20... Ähm... Ja, Metern. Oh. Und hier... Bedeutet... Hier ist eine kleine Kirche. Die zeigt an, dass gleich eine Kirche kommt, die so aussieht und größer ist. Das heißt, wir sehen gleich eine richtig coole Kirche wahrscheinlich. Wenn wir nicht aus der anderen Richtung die hätten sehen müssen. Oder habe ich sie zumindest nicht wahrgenommen. Ja. Weil dann wäre schon mal eine blaue Kirche aufgetaucht. Auch überall so Schreine am Rand. Das ist auf jeden Fall schön. Aber hier Straßensystem... Mag ich irgendwie nicht. Steinbruch. So. Wo ist die Kirche? Keine gesehen mit blauen Dingern. Aber das hier ist doch eine Autobahn. Wow. Oh, das rettet uns so krass den Arsch gerade, glaube ich. Jawohl. Zumindest irgendeine große Straße. Die... 145.0. Komm. Ihr schreibt doch bestimmt dran, wie die nächste Ausfahrt heißt. Und... Okay, ich will nicht durch den Tunnel fahren. Wir fahren hier draußen schön weiter. Okay, Notfalltelefonnummer 1075. Hilft uns auch nicht. Okay, Lights off. Oh oh. Ich wollte nicht hier raus von der Autobahn. Ich wollte nur den Laden angucken. Äh, back, back, back. Sonst komme ich nachher wieder nicht mehr auf die Autobahn rauf. Hier muss es doch ein Schild geben. Ach mein Gott, ey. Immerhin weiß ich, welche Kilometermarke wir haben. 146. Das heißt, relativ am Anfang. Und wir fahren nach Westen. Das heißt, es dürfte eine Ost-West-Autobahn sein. Mit Wasser im Süden. Aha. Wir fahren auf Berge zu. Ist in Griechenland auch nicht ungewöhnlich. Wir müssen ja nur bis zur nächsten Ausfahrt. Komm. Gib uns eine Ausfahrt. Hier. Nicht mein Schild. Wo es hier hingeht. Nur zum WC oder was? Oh Mann. Okay, einfach nur ein WC. Da. War da ein Schild? Nee, das war der Truck, nicht wahr? Der Eier transportiert. Auch nicht hilfreich. Nur ein Schild. Komm. Athen. 100 Kilometer. Einfach so, damit ich es ein bisschen eingrenzen kann. Da. Da. Autobahn-Raststätte. Alter, willst du mich doch... Sag doch wenigstens Raststätte der A1 oder sowas. Flipida. Okay. Vielleicht das Schild? Komm. Schild. Ja, du bist ein griechisches Schild. Und für 14,15 Millionen... 14,15 Millionen. Wurde das hier saniert. Ja, toll. Und ich habe es nicht mal geschafft, ein scheiß Schild aufzustellen, wo die Autobahn hinfährt. Es ist wichtiger ranzuschreiben, dass die Autobahn finanziert wurde mit 14 Millionen, anstatt ranzuschreiben, wo die Autobahn hinführt. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist ja deutsches Niveau. Service streichen und sich selber dafür loben. Warum haben wir die ganze Zeit eine Parallelstraße? Komm. Jetzt muss doch eine Aussage kommen. Jetzt muss doch dranstehen, dass es die A75 nach bla bla bla. Wow. Ich bin in ein Tunnelloch gefallen. Wo ist hier eine Straße? Ach, hier. Die hier. Ich wollte gerade sagen, wo soll hier eine Straße gewesen sein? Da war sie. Ja. Recycling. Oh, da kommt mal ein Schilder. Boah. Und da steht wahrscheinlich nur drauf. Fahren sie langsamer. XM Metaton Combo Atomoneu. Ja. Was auch immer, nicht wahr? Die Notfallnummer steht immerhin dran. Aber wir müssen, glaube ich, ganz stark sein. Ah, da. Ist es so schwer? Die A5. 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 961. 962. 951. Arpa. Da. Arta. Kommt in 14 Kilometern. Und zwar Richtung Südosten. Ja. A5. Und wir sind auf der 5. So. Das heißt, wir. Das sind 14 Kilometer. Sind. Das hier sind 10. Also von Arta bis zu der 5. Da sind 10. Dann sind wir. Ja, sind wir jetzt auf der E951 oder auf der 5? So ein Scheiß. Okay. Aber da vorne, da können wir in die andere Richtung gucken. Dann können wir das Vice Versa machen. Du führst wohin? Äh. Du sagst uns nix. Natürlich nicht. Dann müssen wir in die Richtung noch weiterfahren. Da hinten kommt das Schild. Das brauchen wir. Ich hab mich falsch rum umgedreht. So. Die Abfahrt bei. Flipida. Okay. Jetzt weiß ich ja ungefähr. Hier Flipida. Dann müssen wir hier sein. Oder ist die Abfahrt? Die 14. Steht das hier dran? Abfahrt 14. Irgendwo? Irgendwo? Die Shade-Tankstelle hatten wir nicht. Ich guck mal. Das hier ist ne Parallelstraße. Wir hatten ja aber Parallelparallelstraße. Die ganze Zeit ganz eng. Das würde bei einer. So einer Straße. Da wären wir auch die ganze Zeit durch einen Ort gefahren. Wir sind aber durch nix gefahren. Und dann ist das die Parallelstraße. Das ist die andere. Und dann sind wir irgendwo hier rausgekommen. Aus dieser Ecke. Oder aus der Ecke. Okay. Zurück. So. Das ist ne Straße. Und die wurde gebaut. Okay. Das ist doch die 951. Und das sind die ganze Zeit diese grauen Gebiete. die einzelnen Häuser hier. Weil das ist. Gut. Wir sind ja recht lange gefahren. Um da hinzukommen. Also wir können auch hier hinten drin sein. Das. Könnte sein. Oder hier hochgefahren. Oh. Das ist das Problem. Wenn man so lange fährt. Da merkt man sich nicht mehr. In welche Richtung das irgendwann ging. Oh. Holla. Die Waldweh. Ich will Kambodscha zurück. Und was haben wir hier? Netter. Bla bla bla. Hellas. Oh. Aber das sieht aus. wie etwas was man vielleicht finden kann. Kann man da reinfahren? Ne. Hä? Doch. Hä? Ne. Wir können in die Straße. Aber nicht in die richtige. Ach. Leck mich doch. Wirklich. Was soll ich da hinnehmen? In dem Sandweg? Hm. Okay. Aber. Das hier hilft mir nicht mehr weiter. Da kommen ja auch keine Ortsnamen oder irgendwas. Ich kann irgendwelche Straßen den Berg hoch juckeln. Und da kommen einzelne Häuser. Okay. Und wir sind Richtung. Südosten von Gefahren. Nicht wahr? Dann sind wir gefahren, gefahren, gefahren. Was steht da? Nichts Wichtiges. Der Ort hier war ja ein bisschen größer. Hm. Hier. Hier muss da irgendwas stehen. Da. Kopowuwi. Das da. Dann sind wir irgendwo hier. So. Da geht es nach Kopowuwi. Nach Richtung Osten. Das ist die Stelle hier. Da müsste also da aber eine Eavi-Tankstelle kommen. Nach Süden. Die sehe ich aber nicht. Das heißt, die gibt es nicht mehr. Die müsste genau hier sein oder ist nicht eingetragen. Ist doch einfach ein Wohnhaus. Einfach ein Wohnhaus, wo eine Tankstellensäule davor ist. Okay. Und von der müsste noch eine abgehen. Ja, perfekt. Also das ist die Stelle. Jetzt haben wir es gefunden. So. Und die Stelle ist Richtung Norden. Bisschen um die Kurve rum. Und dann... Aber warte mal. Wir sind Richtung Norden gefahren. Echt jetzt? So weit? Ja, wir sind schon ein Stück gefahren. Nicht wahr? Straßennamen oder so habe ich auch nicht. Dann kam noch mal eine Linkskurve. Das könnte die hier sein. Ich weiß halt nicht, ob der Weg zu sehen sein müsste. Der würde nach Osten gehen. Warum fahre ich eigentlich gerade nach Süden? Weil dann wäre ich ja nördlich davon. Das würde auch mehr Sinn machen. Und wenn wir hier vielleicht stehen. So, da kommen die Dinger. Das sind die ganzen Kleinen. Der windet sich ein paar Mal. Und dann kommt da hinten die Tankstelle. Okay. Das macht mehr Sinn, nicht? Der windet sich hier ein paar Mal. Und die Straße geht Richtung... Nordosten weg. Und macht dann einen Bogen um den Hügel. Dann stehen wir genau da. Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das finde. Und nicht so schnell. Bengobongo. 3,76 Meter. Wir haben es. Oh, wie weit sind wir gefahren? Oh, guck mal, wie weit wir gefahren sind. Oh, oh, oh. Wirklich bis hier runter. Ah, wir sind von Arta weg. Stellt euch mal vor, ich wäre in die Richtung gefahren. Ich wäre sofort auf Arta getroffen. Nicht wahr? Aber warum hier keine Schäder sind überall? Hier ist auch der Tunnel. Der eine. Hm. Ist halt echt nervig. Und das war das Autobahnkreuz. Wo es nach Flipida ging. Ja, zum Glück bin ich aber in die Richtung gefahren. Ich glaube, in die hier wäre ich halt ewig... Und das mag ich halt nicht an Griechenland. Wir wären dann hier ewig weitergefahren. Hätte ich in die Richtung das genommen? Wir wären nirgendwo angekommen. Und hier wären wir im Kreis gefahren. Ich sag euch, wie es ist. Mit viel Glück wäre ich vielleicht hier reingefahren und hätte die 5 gefunden. Wenn man hier reinfahren hätte können. Das sieht nicht so aus, als ob man da reinfahren kann. Endlich mal die richtige Entscheidung getroffen. Wow. Und damit in Runde 2. Oh ja. Das sieht doch schon mal... Oh, guck mal hier. Uh, schönes Becken. Nach Südwesten. Häuser. Sonne ist im... Im Westen. Ja. Wenn wir ganz genau sind, ist die Sonne... Im Norden. Also sind wir ganz leicht im Süden am Äquator. Dann Kolumbien oder Ecuador. Das ist auch ein See. Der ist komplett zugewachsen auf der Seite. Wir sind mitten auf einem See. Der West-Ost-Ausdehnung hat. Und im Norden eine Bergkette. Und im Süden eine Bergkette. Und dann auf dieser Höhe wahrscheinlich irgendwo. Der See kann nicht so klein sein. Okay. So vielleicht irgendwas. So was vielleicht irgendwo. Und der sieht sehr eckig aber aus in die Richtung. Nicht wahr? Und geht dann so... Ja, gut. Läuft in so einem Becken auf jeden Fall auf was auf. Richtung Südwesten. Norden Osten. Süden Westen. Und da fliegen die Smileys. Habt ihr bessere Ideen? Dann schreib's gerne in den Chat. Wir gucken mal. Wir haben Linksverkehr. Warte mal. Oder ist das... Wartet, wartet, wartet. Oder ist das eine Brücke, die beidseitig befahrbar ist? Linksverkehr. Linksverkehr. Ich bin leicht verwirrt. Da ist ein Schild. Wir sind ja nicht in Griechenland. Shit. Falsches Schild. Wir sind doch in Griechenland. Okay. Was hast du uns zu sagen, Schild? Also, ich würd fast sagen, dann passt das mit der Sonne immer. Ich darf mich nicht auf die Sonne verlassen, dass wir in Südafrika sind, ne? Wollte ich sagen. Oder Lesotho. R512 klingt fast nach Botswana. Aber... Krass. Dann ist das echt mit der Sonne? Ja, das ist... Ist hier scheiße, nicht? Die ist im... Hier einfach im Norden. Ja, ist ja richtig. Jetzt ist sie im Norden, auf dem Bild. Das heißt, wir sind im Süden. Aber die ist so weit... Also, so wenig im Norden. Die steht halt genau im Zenit. Wahrscheinlich ist es mitten im Sommer am Zenit und dann steht die halt sehr, sehr hoch da. Okay, 512. 19. Oh, 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 oh. Ich glaub, ich muss die Sonne wieder als Merkmal als erstes rausnehmen. Die ist nicht gut. Die ist nicht zuverlässig genug. Das hat mir irgendwann mal jemand eingetrichtert und die ist so als grobe Orientierung gut, aber ich hab mich schon drei oder viermal deswegen falsch entschieden am Anfang. 512, 518, äh, 10. Wir suchen nach 512. 16, 10. Ist das wieder mitten in der Stadt? 14, 11, 12. Ja. Okay. Und zwar nach Lanseria. Wo geht denn die 512 weiter? Die geht hier durch die Stadt. Okay, wo kommst du raus? Äh... Die endet da, oder was? Randburg. Rustenburg sehe ich. Und Lanseria. Mein Lanseria hat einen Flughafen. 512, 512, 512. Mehr macht die nicht. Schau mal, hier ist ein Fluss. Dann können wir ja nur hier stehen. Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe ist das Land? Ich glaube, da bei den Büschen ist Land. So. Wie weit sind wir also weg? Ich würde sagen mittig zwischen den beiden Landdingern. Also genau da. 11,61 Meter. Krass. Mitten an den Hauptstädten dran. Verrückt auf jeden Fall. Und damit geht es weiter. In Runde 3. Südafrika mache ich echt gerne. Die haben so ein gutes Straßensystem. Ist so gut ausgeschildert. Es ist insane, sage ich euch. Oh ne. Oh ne, oder? Oh nein. Wir sind im Süden. Ich habe Hoffnung, dass es Kolumbien ist. Bitte lass es Kolumbien sein. Kolumbien macht noch halbwegs Spaß. Da fährt man durch interessante Dörfer. Kann interessante Sachen finden. Wie eine Planierraupe. Oder auch ein Ölsee. Oder wir sind wieder mitten im Nirgendwo. Philippinen wäre auch noch okay. Solange sie wieder auf Brasilien auf diesen einen Feld in der Plantage ist. Was im Kreis geführt hat. Also wer dabei war, congrats, dass ihr das durchgehalten habt. Okay. Ja, Südamerika. Okay. Wir sind auf jeden Fall südlich vom Äquator. Ein Stück. Oder sehr weit nördlich. Wir sind nicht am Äquator, weil die Schüssel zeigt Richtung Südwesten. Das heißt, wir sind nördlich vom Äquator. Satellitenschüsseln mit Sonne ist besser, glaube ich. Als Indikator. Die zeigt auch nicht straight nach oben. Das heißt, wir sind ein bisschen weiter weg. Oh, dann haben wir Bananen auf jeden Fall. Hallo Paul. Ist das eine Webpage? Das könnt ihr alle spielen. Das ist Geotastic. Weitgehend free. Ein paar Funktionen sind hinter Paywall. Oder ihr müsst euren eigenen API-Key von Google eintragen. Und dann könnt ihr auch spielen. So. Kurong, Kurong, El Nido Palawan. Ich werde das erste Wort. Ningels. Landscaping. Okay, es steht auf Englisch da. Das hilft mir jetzt gar nicht weiter. Andererseits würde bei Philippinen auch alles auf Spanisch stehen. In den Philippinen ist auch ein sehr großer Teil von allen Sachen Spanisch. Aber willkommen und schön, dass du da bist, Paul. Oh, okay. Das ist zwar Racial Profiling, aber wir gucken mal. Können wir das ein bisschen eingritzen? Nee, auch nicht, oder? Das könnte immer noch Indonesien, Philippinen oder Kolumbien sein. Wobei ich eher langsam auf den asiatischen Teil überschwenken würde, schon wieder. Slowdown, Schoolzone. Malaysia hat viel Englisch. Kataban, Elementary School. Das ist schon eher asiatisch, oder? Vielleicht über die Biersorte oder sowas kann man das manchmal auch ausmachen. Die haben hier J.R. Lappart. Ja, okay. Und hier Tangua Select. He drink you. Observe. Okay, es gibt Alkoholwerbung. Alkoholwerbung war wo verboten? In Indonesien, nicht? Die durften nur Zigarettenwerbung machen. Und in den Philippinen war Zigarettenwerbung verboten und Alkohol erlaubt? Und was war in Malaysia? Oh, ich weiß das immer. Ich wusste es mal. Wenn man oft in den Ländern landet. Aber ich habe jetzt schon ein besseres Gefühl als in Kambodscha. Und dann sind wir doch im Kambodscha. Nee, dann hätte ich jetzt Angkorbier gegeben. Das sieht aus wie eine Straße, die zum Wasser führt. Guten Tag. Auf jeden Fall irgendwo hin, wo es nicht weiter geht. Hm. Äh, wo ist die Straße hin? Da. Brücke. Und eine qualitativ gute Brücke. Aber guck, da staut sich auch ganz schön viel Mist. Drückt natürlich gegen die Brücke. Wir haben also wieder ein... Wow. Der ist nicht tief, der Fluss. Das ist eine Sandbank. Und da steht er. Ist das ein Mensch oder ist das eine Figur? So eine Puppe aufgestellt. So sieht das fast auch aus. Im Südenberge. Oh Mann. Das Gute ist, wenn die langsame Runde als letztes kommt, dann ziehe ich sie auch durch. Und wir haben jetzt eineinhalb Stunden, um das zu lösen. Republic of the Philippines. Oh, ich liebe die Philippinen. Die stellen wirklich überall diese Schilder auf. Willkommen in den Philippinen. Selbst im Nirgendwo. So. Kalahares MCC Lambanan Ancahiparan. Ja, ich kenne mich nur nicht mit den Inseln raus. Nicht so Negros, Bohol. Oder hier oben Luzon oder so Mindoro. Was man halt lesen kann. Das kennt man so ein bisschen. Aber hier gibt es so viele kleine, die ich mir halt auch nicht merke. Lambanan Ancahiparan. War Cahhiparan nicht irgendein kleines Ort? Da hier unten? Oder da oben? Kaliparan? Nee, nicht. Leider ist das Schild schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es gibt durchaus bessere Schilder. Aber jetzt haben wir wenigstens den Ort. Und hallo, Julian. Aber die Gegend ist nicht mal so bewohnt. Also ich habe schon deutlich bessere Orte in den Philippinen bereist, in Geotastic. Deutlich bessere. Ja, wichtig. Die Herzen, die Motivation fliegt. Und nochmal an alle, falls ihr mich supporten wollt, gerne mit einem Kommentar. Und das heutige Codewort, falls ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, ist Katze. Einfach Katze unter den neuesten Short, äh, unter, ja, wo auch immer ihr mich seht, bei Threads, Instagram, würde mich auf jeden Fall freuen. Und guck mal, schon wieder Zwillinge. Wir haben ständig Zwillinge hier. Da auch schon wieder Zwillinge. Ja, nicht? Google macht irgendwie immer Duplikate von allem. Ja. 31 Kilometer, der Hypermarkt El Nido. Okay, 31 Kilometer will ich jetzt nicht fahren. Aber die Straße scheint hier nicht so schlecht zu sein. Ich packe mir das mal hier auf den Marker. Oh, warte mal, da ist ein grünes Schild. Da steht was dran. Auf der Seite. Gut, dass ich umgedreht habe nochmal. Wir kommen aus Katabang, Limang, Chang, Chong, Gong, El Nido. Okay, El Nido hat ein Hypermarket. Bedeutet, El Nido kann nicht so klein sein. Prost. Ich habe mal von euch schon mal einen El Nido Urlaub gemacht. Das passt. Limang, Kang, Kong. Ich weiß nicht, ob ich das sehen würde. Ist halt auch super entscheidend, nicht? Wenn hier der City-Name nachher über der Region liegt. Und manchmal überlagern sich gerade wichtige Indiznamen. Ist dann immer schlecht. El Nido, 31 Kilometer, ist auch nicht so ewig weit weg. Ich würde auch nicht sagen, dass wir hier oben auf Luzon sind. Brooks Point. Ketong Island. San Jose. Jose. San Joaquin. Noch ein San Jose. Oder Jose. Noch ein San Jose. Noch ein San Jose. San Narciso. San Felipe. Nicht, das kennt man alles. Das hat man schon tausendmal gesehen. San Carlos. San Blabla. San Carlos. Ich finde es immer noch auch so krass, dass die Philippinen so spanisch sprechend geprägt sind. Hatte ich vor Geotastic zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, dass die spanisch Städte Namen haben. Nicht? Ich bin, als ich hier das erste Mal war und El Nido Katabal, ich habe in Südamerika mich zu Tode gesucht. Bis ich dieses Schild mit den Philippinen gefunden habe. Inzwischen weiß man das. Bam Boom Bayang. Wir suchen aber Limbo Changchong. Ich kann das gar nicht aussprechen. Liminan Chong. Echt schwierig. Ich glaube, wir müssen noch eine Zoomstufe rangehen. Das hätte ich nicht gedacht. Ihr macht mir eindeutig zu wenig Urlaub. Oder ich mache zu wenig Urlaub. San Fernando. Santa Fe. San Andres. Nicht San Pascual. Noch ein San Andres. Noch ein San Narciso. Wirklich, die Namen doppeln sich alle. Wahrscheinlich sehe ich es auch schon wieder einfach nicht. Und das war schon dreimal auf der Karte. Wenn ihr es auf der Karte seht, dann schreit einfach. Sagt, da war es doch. Macht die Augen auf. Für die, die es im Video im Nachgang gucken. Ja. Hätte ich machen sollen. Aber eure Unterstützung. Auf jeden Fall sehr viel wert mit euren Smileys. Ich sehe es im Augenwinkel. Und das freut mich immer. Wenn ich das so hochpopbeln sehe. Ich finde das eine echt coole Sache. Es hat so ein bisschen. Ja, gefällt mir ein bisschen besser als bei Twitch. Habe ich neulich schon gesagt. Da fühlt man sich immer so. Auch wenn ihr ruhig seid, könnt ihr interagieren. Und ich finde das klasse. Manchmal hat man ja keinen Bock, was zu schreiben. Ich meine, Twitch hat auch versucht, sowas einzuführen. Aber das ist da ja ziemlich untergegangen. Weil es so versteckt war, dass man dreimal klicken musste. Ich meine, wir werden hier nichts besseres finden, als das hier, nicht? El Nido, 31 Kilometer. Limangka, Chong. Wir können rumfahren und gucken, ob wir herausfinden, auf welcher Insel wir sind. Das wäre das Einzige. Vielleicht sehen wir... Wartet mal. Ich fahre mal auf die andere Seite. Hier gibt es kein Schild, oder? Auf der Streckenabschnitt. Vielleicht gibt es ja... Hier noch irgendwelche Hinweise. Wir fahre mal in dieses El Nido rein. Bagong, Bagang. Guck mal, so schnell geht das. Bagong, Bagang. So, wo ist jetzt Bagong, Bagang gewesen? War das nicht hier ne kleine Insel? Das ist Palawan. Ischla, Mendoro, Luzon, Mindanao, Negros, Panai, Puhol. Negros, Puhol, Bantayan. Buryis, Tablas, Mandrinik, Bayungian. Vielleicht hier irgendwo. Bisling. Wie heißen die Orte hier? Davo, Kagaga und Norsamindanao. Paladin klingt gut. Oder Palawan. Ja. Was heißen BRGY? Brichery? Buggery? Bollery? Keine Ahnung, was sie einem damit sagen wollen. Und hier, Google schreibt wieder nicht ran, was das hier für ne scheiß Grenze ist. Das nervt mich auch tierisch. Muss man immer suchen, wo sie es mal einblenden. Ziemlich nervig. So. Es ist doch nix angezeigt. Dann kannst du es mir doch anzeigen. Du weißt doch, wie die Grenze heißt. Und dann irgendwo, wo voll ist, da steht es dann. Und dann denke ich auch so. Boah, Mann, Leute. Google. Hm. Aber ja. Besser als Palawan wäre nur noch Padawan, nicht wahr? Oder Paladin. Ja, stimmt. Ich mein, die Inseln hier, die zählen schon zu Indonesien, glaube ich, oder? Palau, Singau. Panai. Busanga. Basinga. Basinga. Ich mein, wir können hier auch auf so einer kleinen Insel sein. Wir sind neulich auch mal im Kreis gefahren, die ganze Zeit. Äh, das war auch. Bis ich gemerkt hab, dass ich auf der Insel im Kreis fahre, waren trotzdem drei Stunden um oder so. Isbruckers Grande, San Isidore. Hier ist San Isidore. Ja, daher kannte ich das. Ich wusste, ich hab schon mal San Isidore gelesen. Aber vorhin war das ja woanders. Da war es in... Weiß ich gar nicht, wo ich das gesucht hab. Wenn ich hier... Hm, Marinike. Pio Polo. Babu Jan. Ne, Bayern. Ne, gut. Fahren wir weiter. Da war ich schon drauf. Da. Ah. Hallo, Timon. Wo, wo war ich drauf? Wo denn? Wo, 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 wo? Ich seh's nicht. Sag einfach den Inselnamen. Wenn ihr's gesehen habt, dann ja. Wenn ihr's gegoogelt habt, dann nein. Links, okay. Links, ich bin links. Du meinst, meinst du, dass Bayer waren? Aber ich suche ja die Insel und nicht die Stadt Bayer waren. Das ist ein Unterschied. Also ich hoffe, dass das die Insel war. Ne, okay. Schmale Insel Palawan. Ja, okay. Palawan. Aber die heißt halt Palawan. Wir sind ja nicht im Palawan. Jetzt guck ich noch mal. Brooks Point. Da bin ich doch vorhin langgegangen. Worte Prinzessor haben wir nicht. El Nido. Da oben. Okay. Aber warum steht da nicht willkommen auf Palawan? Wie kann ich das verhindern, dass beim nächsten Mal ich das besser eingrenzen kann? Hier. Was heißt denn dieses BRGAY? Heißt es? Das heißt Barangay anscheinend. Aber Barangay ist auch so ein allgemeiner Name hier. Was heißt denn Barangay? Dorf oder so? Oder Insel? Ort? Okay. Aber es ist trotzdem 31 Kilometer weg und wir sind irgendwo im Nirgendwo, nicht? Aber es hat einen Flughafen. Immerhin. So. Wir stehen hier. Ich glaube, wir finden die Stelle am ehesten, nicht? Katabahn ist bei uns. Katabahn. Bist du Katabahn? El Nido Beach Bar? El Nido, El Nido, El Nido, El Nido, El Nido, El Nido. Oh Mann. Billabahn Beach? Oh, ich sag's euch. Aber ohne eure Augen hätte ich's mal wieder ewig nicht gesehen. Und ich bin da schon viermal rübergescrollt, nicht wahr? Ja. Das war schon wieder große Kunst. Aber Colorbahn? Katabahn, da. Big Hall Colorbahn. Dann sind wir irgendwo hier. Hier ist ein Fluss. Fluss. So. Hm. Das macht mich jetzt... Gut, das ist kein richtiger Fluss, nicht? Das ist ein kleines Rinnsaal. Und Richtung Niemankuchang. Da ist es. Okay. Okay. Das heißt, diese Straße... Das heißt, da sind wir. Wir sind nicht mal auf dem Highway. Wir sind auf dem Ding hier. Obwohl... So von der Ausrichtung her... Müsste es eigentlich eher nördlich sein, dass wir über den Fluss gehen. Hm. 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 Tja, und wo... Wo kommen wir her? Das ist auch Katabahn. Ich glaube, der Fluss, den wir suchen, ist nicht eingezeichnet. So, und wir kommen jetzt hierher. Wie finden wir das? Wir haben hier irgendeine Kurve. Und nach Westen fahren wir nur in den Dschungel, nicht? Das lohnt sich nicht, da weiter rein zu... zu gehen. Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Oh. Hier leben sogar Menschen und kommen einem entgegen. Aber es windet sich ziemlich über einen Hügel. Dann stehen wir hier. Eine andere Stelle kann das nicht sein, nicht? Wir sind gerade hier. Fahren durch den Berg. Und das ist die Straße, die abgeht. Das kann nur die sein. Geht nach Norden ab, in etwa. So, eigentlich eher ein bisschen nordwestlich. Und macht dann den Dreh nach Norden. Und wir stehen am... dem Ende. Finish. Acht Meter 61. Oh, das liebe ich. Das suchen... Also, es gibt immer die Situation, nicht? Ihr findet sofort einen Straßennamen. Ihr findet sofort den Ort. Also, den Ortsnamen. Aber ihr findet nicht auf der Karte das Land zum Beispiel. Oder könnt nicht erklären, welches Land das ist. Und dann gibt's die Situation, ihr findet sofort das Land, die Insel heraus. Und ihr wisst auch, wenn ihr die Stelle seht, seht ihr sie. Aber ihr findet diesen Ort nicht sofort auf der Karte. Weil die Karte einfach... Oder die Länder, gerade zum Äquator hin, so voll riesig unverzerklüftet sind. Nicht wahr? Uff. Aber damit kommen wir zu den Final Results. Und wir haben 18.000 Punkte. Mit Unterstützung. Aber wir haben's geschafft. Wir waren in Griechenland. 21 Minuten. Harte Runde. Wir waren in Südafrika. 6 Minuten. Die waren sehr stark. Und wir waren in den Philippinen. 22 Minuten. Bisschen schlechter als Griechenland. Aber geschafft. Und unter einer Stunde. Immer noch... Äh, stark. Ich würd sagen, das war gut. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Biss... Zum Geotastic. Gleich.